Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, wo ein Hase seltsame Dinge mit meinem Zweiterkont macht. Aber hey, egal. So, heutiges Thema, der Slash-OP und der Slash-DOP-Command. Ähm, ja, für was brauchen wir denn? Also, wir sind hier, jetzt, ja, ne Krone und da so ein Stern. Krone heißt, ich darf alles, ich bin der King von dieser Welt. Und, naja, dieser Stern heißt halt, ich darf weder Operatorbefehler verwenden noch Teleport. Genau. Und, das kann man hier so richtig schön einstellen. Und jetzt gibt es da noch diesen einen Command, den wir natürlich nur verwenden können, wenn wir die Cheats aktivieren. Beziehungsweise, ich glaube, es sollte auch ohne gehen, aber ohne aktivierte Cheats macht Operator eh keinen Sinn. Also, solltet ihr die anschalten. Ja, genau. Zum einen könnt ihr das eh schon mal festlegen, ob wir neue Leute in eurer Welt beitreten, die Mitglied sein sollen, beziehungsweise Operator. Ihr könnt euch das auch noch durchlesen, was die dann halt so alles dürfen. Und, ja, ihr könnt das Ganze hier auch noch so ein bisschen customizen, sag ich jetzt mal. Gut, ähm, jetzt wollen wir aber per Command-Zeile meinen zweiten Account zu Operator machen. Und, ja, dann öffnen wir den Chat und geben einfach nur ein Slash-OP und, ja, dann den Namen oder ihr könnt natürlich auch wieder mit A, 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 P, A, R oder A, S arbeiten. Auch egal. Und, ja, fertig. Jetzt sehen wir auch einen Operator. Und wenn wir das Ganze jetzt rückgängig machen wollen, dann tippen wir einfach ein Slash-DOP. Und, ja, genau, das war's dann auch schon. Ihr seht, es gibt absolut keine Erweiterung. Dieser Command macht meiner Meinung nach auch fast keinen Sinn. Zumindest, wenn man nicht mit Command-Blöcken oder so arbeitet. Aber in einer normalen Welt einfach den hier. Ja, genau, das wär's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt bei 2 Minuten 3. Pure Zeitverschwendung. Na gut, dann bis zum nächsten Video. Tja.